Ja genau, kann man nicht mal kaputt machen. Ja. Das ist jetzt absolut logisch. Ja genau, wie soll ich da denn längst kommen? Haha. Gekonnt. Gekonnt. Ohne einmal drauf zu gehen. Wurde noch nicht einmal verletzt. Das sollen andere erstmal nachmachen. Wo geht's jetzt hier weiter? Das ist echt eine gute Frage. Wo geht's hier überhaupt weiter? Ist das jetzt der Objekt? Verwirrung. Ach scheiß drauf, jetzt ja merken. Das ist doch nicht erlaubt. Hier. Das hätte auch mal treffen können. Ich sag nicht, also grob hier. Für Leute, die sich das bis hier tatsächlich mal angeguckt haben, könnt ihr ja mal Abflug. So. Also, wie gesagt, für alle, die sich das bis hier tatsächlich mal angeguckt haben, freiwillig, die können mir doch mal Bescheid sagen, so. Wie fandet ihr es denn bis jetzt? Fandet ihr es gut? Fandet ihr schlecht? Ihr müsst mir das mal sagen. Ich weiß nämlich nicht so wirklich. Okay, steht nicht kaputt. Weil ich nicht so wirklich weiß, wie war ich denn nun? Das müsstet ihr mir tatsächlich mal sagen. Obwohl ich glaube, dass das hier Hauptweg war. Okay. Ha! Das ist mir noch so gelacht. So. Puh. Alter. Jetzt reicht's. So, wirklich. Frechheit. Also, ich muss jetzt mal wieder einen auf Geistlichen machen. Der auch noch dazu extrem cheaten kann. Nein. Deaktivieren hatte ich eigentlich nicht vor. Da bringt das was. Ach so. Aber die Tür ist doch dennoch blockiert. Ach so. Und ich suche ewig danach. Boah. Also manchmal werden hier Kurven hingelegt. Da möchte ich aber jetzt nicht runterfallen. Könnte ein bisschen tief sein. Boah. Boah. Da. 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 abflug du kommst jetzt her ich habe jetzt kein bock er immer diesen idioten hier die waffe haben um mir auch noch als gleiche so entgegenzukommen ich bin gleich tot das gefällt mir gar nicht achtung herabfallende trümmer von abfluss das kann ja nur widerlich werden verdammt ach so muss ich da jetzt runter oder wie jetzt komm mal ein bisschen näher ich habe keine will ich habe da nichts was so richtig schön bummst ja auch viel so rum zu lull gut und jetzt getroffen war du fährst wie der pottsau also hier gibt es manchmal fahrer meine fresse die fahren wirklich katastrophal also ich soll wohl anscheinend hier links also von grafisch jetzt ist es derselbe back wie auch normal also man kann sagen was er will aber das spiel ist gar nichts ich wüsste gerne mal was hier jetzt los ist aber sagt mir mal was ist hier los aber du musst mir sagen was hier los ist ich trau dem frieden nicht aber kann ich mal sagen was hier los ist also ich weiß das war jetzt unnötig aber was denn für scharfschutze zu machen aber wieso nicht zeitphasen status okay okay